Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch ein kurzes mitteilen, jetzt ist Dienstag und jetzt kommt Dienstag immer das House Battle von zwei Videos. Heute immer eine Challenge und zwar nur die Spezialist Einheit spielen, also die Scharfschützen Einheit nur spielen und ja, mal sehen wie das ausgeht. So, jetzt ausfüllen und ab in die Runde. Ich bin ein bisschen später dran, aber das ist mir nicht so spät. Danke, Mate. Danke für gar nichts. Wow, ich leckt. Was hat man denn für ein scheiß Auto-Aim mit der Klasse? Warum hat man überhaupt Auto-Aim auf einmal? Warum habe ich Auto-Aim? Das mich auf Mates zielen lässt. Okay. Was ist denn heute los mit mir? Uff. Ah, shit. Muss übrigens Headshots, glaube ich. Ich habe gesagt, nur die Klasse spielen, ne? Ich habe nicht gesagt, ich habe keine Spezialfähigkeit benutzt. Warum eigentlich? Oh, schade. Da ist jemand. Das sind ganz viele. Ah, nice. Ich war zu langsam im Ziel. Also, GG an der Stelle für den Gegner. Und ich habe auch nicht gesagt, dass das verboten ist, der Blaster, weil das ist eine Fähigkeit, die man ausrüsten kann. Sag ich euch ehrlich. Also, das ist halt nicht so challenge, ne? Ich will euch jetzt unentfangen, weil ich auf einmal einen Blaster aneinander habe. Das ist die Spezialfähigkeit. Wollt ich nur mal sagen, ne? Also, dass ich mal Playstation die Faxen mache. Ey, geh doch auf! Oh, 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 aah! Ich glaube, die Battlezone-Server sind heute generell irgendwie ein bisschen doof. Schade eigentlich, dass ich von der Seite erschossen wurde. Okay. Okay. Der Typ der Ruine sieht voll aus wie Chopper. Okay, Leute. Man kennt sich. Schneetruppen auf Tatooine. Okay. Och mei, du bist es Headshot, glaube ich Ich bin es Ich dachte gerade, das sind noch mehr von denen. Aber habe ich gerade einen Headshot getrunken? Das sah aus. Ein Headshot ein bisschen. Nee, da gehe ich nicht her. Hätte ich noch Aim dazu? Noch geiler. Let's go. Down. Boah, das Ding macht relativ viel Schaden und hat nicht so lange Nachladezeit. Boah, Lichtschweizer verwirren mich genauso. Äh, oh oh. So. Rieeeennntch. Versuch was wert. das war die challenge wohl soweit ne ja war schon ein bisschen anstrengend leute natürlich hoffe ich trotzdem die hat euch gefallen mache ich bestimmt auch noch mal mit anderen drei klassen die challenge ja wie gesagt jetzt kommt immer dienstags ein battlefront video falls es euch gefällt das ist jetzt auch ein neues video das öfters kommt gerne daumen nach oben da lassen falls ihr den kanal noch nicht abonniert habt würde mich freuen dass es tun würde dann noch die glocke aktiviert dann werdet ihr für weitere videos benachrichtigt auch von battlefront oder anderen let's plays oder freitags gta tuning freitag und tschüss oh 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 oh